Ich bin Clara Kestorff, Modedesignerin. Ich werde hier meine Winterkollektion für nächstes Jahr mit dem Titel Erfolge präsentieren. Bei der Probe mussten wir vor allem darauf achten, dass die Musik, die ein sehr großes Spektrum hat, zu den Outfits passt. Also ich habe genau im Kopf, welches Model später was tragen wird und dass die auch im richtigen Moment rauskommen. Die Models sollen halt eben auch genau das darstellen, in meinem Fall eben eher in sich gekehrt. Schief gehen kann so ziemlich alles in der Show. Besonders heikel sind die schnellen Outfit-Wechsel, das im letzten Moment etwas zerreißt oder sein Model stolpert. Ich arbeite viel mit Malereien, die ich dann digital auf den Stock geprägt und mit asymmetrischen Geschnitten und Materialkompositions. Ich arbeite viel mit meiner Konnektionen, die ungewöhnlich sind. Gerade im Winter finde ich Berlin sehr bedrückend und genau das versuche ich auch zu sprengen. Und deswegen ist ja zum Beispiel meine aktuelle Konnektion sehr durchdrucken, auch von Transparenzen und Glänzen daran, Einlagen. Vielen Dank! Klamm! 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 Klamm!